Sag mal genau zu, du siehst da unten eine kleine Zigeunerschlampe. Bring sie rein, sie ist die Tochter von Charlie Dean. Ich will die Kohle aus ihr rauszuhören. Ab in den Keller, okay? Okay, Vater, ich hol sie in den Zeit. Von der Time of Life, so eine kleine Zigeunerschlampe. Hol sie rein, die Schlampe. Das wird doch Zeit. Bist du die Tochter von Charlie Dean Watson? Willst du einen Keks? Oh, einen Keks, alles heilen. Ich hab sie in den Zeit, bring sie rein. Gleich in den Keller mit dem Stück Scheiße. Wir wollen dich schön entführen, die Kleine. Was denkst du, was passiert hier? Ah, das ist gefällig. Bei uns sieht sie geil aus. Scheiße bei euch hier. Jetzt hör mal zu, du kleine Schlampe. Du bist ab jetzt entführt. Ab in den Keller mit dir. Da gehörst du hin, du Stück Shit. Sie ist entführt, die Tochter von Charlie Dean. Bei dem Scheiße, ja, es ist ihm wirklich scheißegal. Ihm war es immer egal, was mit seiner Tochter ist. Er ist wirklich scheiße. Ach, Charlie Dean ist ein kleiner Sticker. Der macht doch heute seinen fünften Minigolfplatz auf. Der hat nur Minigolf. Hab ich doch gesagt. Er ist ein Arsch. Christina, ihm ist scheißegal, was mit seiner Tochter ist. Er will nur einen Bims mit dir. Oh mein Gott, da kommt er gerade. Alles normal, will bitte. So the time, das ich euch say. Na, what am I time? Alles normal bei euch. Christina, wir sind schon schön, Bims. Ich will eine kleine Party mit dir veranstalten. Du siehst uns so scharf auf. Ah, lass sie in Ruhe. Ist meine Tochter, du pissforsch. Ist mir doch scheißegal, du kleiner Sticker. So ein kleiner Bims. Lass mal. Was ist los? Lass sie in Ruhe, Mann. Das ist meine Tochter. Es ist Charlie Dean Watson. Er hat eine Fleischmesse. Mir ist scheißegal, ich bock. Siehst du, sie scharf auf mich, du kleiner. Alles normal, Mann. Come down. Aber genauso, Christina. Ich will eine kleine Party mit dir veranstalten. Schön auf Band Nummer 4. Da können wir schön Bims machen. Christina, du hast schon wieder Fanbriefe gekriegt hier. Von Jerry B. Anderson. Guck mal hier. Das ist doch von Johnson, oder? Ein Liebesbrief. Der Präsent hat seinen dicken Schwanz. Guck mal hier. Direkt da. Einen fetten Stick, der kleine Pissforsch. Würde ich sehen, ne? Was willst du eigentlich? Du hast beschissen. Ich hab beschissen? Ja, das hast du, du Wichser. Auf Band Nummer 5. Also, es kommt doch erstmal. Du bist das Laste. Du hast total beschissen beim Mini-Golf-Playout. Ich mach nicht mehr mit. Ganz ehrlich, wenn du Durchfall hast und scheißt auf die Bahn Nummer 5, was soll man da zu Sane of Life? Oh mein Gott, da kommt der Hörsen. Wo warst du? Ich wollte ein Playout mit dir machen, aber nein, du bist nicht da gewesen, du Wichsforsch. Na, die wird immer unheimlicher, weil sie older wird, die kleine Schlappe. Ihr mit euch mach ich nie wieder ein Playouter. Ihr Wichsforsche. Ich bin ein Playout mit dir.